Ja, herzlich willkommen liebe Freunde, schön, dass ihr da seid und jeder weiß es, der FCK befindet sich momentan in den USA. Und ich muss schon wieder lachen, es reimt sich halt einfach wie im letzten Video. Ja, und heute Nacht um 2 Uhr spielt den Sieg gegen den Louisville City und ja, es war ein grandioses Spiel in Anführungszeichen. So, wir fangen an, vor dem Spiel, was gab es? Als erstes gab es speziell für dieses Spiel angefertigten Biergläser. Es gab extra Biergläser, sehr geil. Natürlich gab es auch, jetzt kommt es, wir sind in Amerika liebe Leute, es gab überwachene Bierkäsepommes. Was? Die Amis, die sind einfach nur geil. Und natürlich, Made in Germany, XL Schnitzel auf ein amerikanisches Milchbrötchen. So, aber jetzt kommen wir wieder zum Fußball zurück, denn ich bin hier kein Foodblogger oder wie ihr das immer alle nennt. Nein, hier dreht sich alles um unseren Betzel. So, also gehen wir jetzt in das Spiel rein, jetzt seht ihr auch das Spiel im Hintergrund. Schauer, davon wie gesagt 100 FC Kaler. Angefangen hat es natürlich eher ein bisschen negativ, denn Louisville hat in der 14. Minute hier jetzt das Tor geschossen. 1 zu 0 für Louisville in der 14. Spielminute. Ja, und jeder dachte dann so, oh mein Gott, es geht schon wieder in die Hose und nein, sage ich euch, nein. Denn es hat gedauert bis in die 26. Minute, wo unser Lachsaufbereiter Terence Boyd im Liegen per Robbe den Ball irgendwie noch ins Tor geköpft hat. Und sowas muss man erstmal können. Und der Lachsman kann das. Und so wie ihr das jetzt seht, hat sich Terence Boyd hier auch verletzt. Er musste später hin, musste ja noch zweimal getackert werden und hat aber bei Instagram dieses Foto gepostet. Aber er konnte schlussendlich weitermachen, was auch hilfreich war für das Endergebnis. Das sehen wir dann später, denn jetzt haben wir erstmal nur in der 31. Minute die Chance von Herrscher leider gehalten. Und dann kam nochmal der Auftritt von Terence Boyd. Klasse geschickt in den freien Raum, er alleine vor dem Torwart. Und dann macht er auch das 2 zu 1 in der 40. Minute. Terence Boyd on fire, meine lieben Freunde. In der zweiten Hälfte wechselte Schuster komplett aus und Reinheimer hatte hier die Chance auf das 3 zu 1. Und weil das dann nicht genug war, hatte unser Lobinger, oder wie die Amerikaner sagen, Lölbinger, in der 64. Minute dann doch noch die Chance auf das 3 zu 1, aber leider auch vergeben. Und somit trennt sich nach 90 Minuten der FCK 2 zu 1 in einer schon unterhaltsamen Partie. Nacht zum 2. Ja, ich habe sie gesehen. Es war kein Spektakel, aber ja, es hat mir auf jeden Fall wieder Freude gemacht, unseren FCK auf dem Platz zu sehen. Und jetzt seid ihr gefragt, was hat euch bei dem Spiel am meisten gefallen? Wo seht ihr denn noch ein bisschen Verbesserungspotenzial? Wie habt euch die neuen Spieler gefallen? Schreibt es in die Kommentare, würde ich mich mörderfreuen. Ansonsten liked dieses Video. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Kanal, ihr liebe Leute. Wir bewegen uns zu den 100 Abonnenten hin. Das wäre ganz cool, wenn wir das die nächsten Tage packen würden. Wäre so ein kleiner persönlicher Meilenstein für mich und meinen Kanal Betsy Universe. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne, euer Betsy Universe.